Boah, ist das hier draußen hell. Selig auch zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Oh Gott, ich muss wieder einen Schatten, das geht ja gar nicht. Und zum nächsten FAQ, Freunde. Heute mal wieder ein Video, das ich mir ja gestern quasi schon ausgesucht habe, was heute kommen wird. Im anderen Video, das heute bereits veröffentlicht wurde, ist ein bisschen verwirrend, aber das macht an sich gar nichts. Es ist ein FAQ, es werden eure Fragen von Facebook beantwortet. Wenn ihr nächstes Mal dabei seid wollt, folgt auf den Social Media Kanälen, also beispielsweise Facebook und Instagram. Das sind wahrscheinlich die, wo ich die nächsten FAQs starten werde. Und wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. Wir sind immer noch auf Malta, chillen hier auf meinem Balkon, das ist Sonntag und demnächst spielt Hannover. Und darauf wollen wir tierisch, auch Hannover wird in dieser Episode natürlich wieder eine kleine Rolle spielen. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal durch mit der ersten Frage und los geht's. Die erste Frage ist, schauen deine Eltern, Freunde, Mannschaftskollegen regelmäßig deine Videos? Wenn ja, wie kommen sie bei ihnen an? Die Frage kommt von Christian. Ja, also meine Mannschaftskollegen, ich bin in der ersten Herrenmannschaft, das heißt, meine Mannschaftskollegen sind auf YouTube absolut nicht aktiv, aber wirklich null. Dementsprechend, die wissen, dass ich das mache, aber das ist jetzt nicht so wirklich ein Thema. Bei meinen Eltern, die wissen das natürlich auch, aber die gucken meine Videos nicht. Ich wüsste ja auch nicht, warum sie das machen sollten. Und meine Freunde, ja, teilweise schon diejenigen zumindest, die sich so ein bisschen für Fußball mehr interessieren und diejenigen, die auf FIFA interessieren. Die anderen gucken ab und zu mal die Vlogs, beziehungsweise so die Bubble-Time-Videos. Aber so, ja, wirklich jemand, der alle Videos guckt, ist eine gute Frage. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich weiß, dass Ron es nicht macht. Ist auch okay. Die zweite Frage ist, welches Video hast du gerade in Dauerschleife und Gabriel bei Warsaw oder Arcadio Nielik für einen Karrieremodus? Zu der zweiten Frage, momentan noch Gabriel, weil die MP416 höheres Potenzial hat, weil sie mit 17 sein wird. Aber ich denke auch, da ist Gabriel idealistisch ihre Variante. Aber du kannst Ballen nicht bekommen, weil sie gerade erst gewechselt sind, zu Napoli und zu City. Und auf der anderen Seite ist die Frage, welches ich die in Dauerschleife höre. Ich muss zu, ich habe momentan einige Lieder, die ich extrem gerne höre. Also Cold Water unter anderem, weil ich Major Lazer unglaublich feiere. Dann dazu Into You von Ariana Grande. Ich weiß nicht warum, ich feiere das Lied einfach. Dazu Lucifer, das habe ich jetzt noch wieder von mir entdeckt, von XOV oder XOV oder wie auch mal ausprobieren will. Das sind eigentlich die drei, die ich momentan am meisten höre. Aber da ich bei Spotify sowieso mal alles nacheinander durchkruise, ja, Sucker for Pain finde ich auch extrem geil von MNG-Banks. Die Frage gerade aber übrigens von Gabriel. Die nächste kommt jetzt von Max und Thor-Ferr zu small-spielen aus Resen beziehungsweise gibt es da die Möglichkeit, dich zu treffen. Zunächst mal spielt Hannover ja zu Hause gegen Dresden. Aber das Rückspiel ist im Februar, denke ich mal, um den Dreh oder März. Ich denke schon, dass wir hinfahren werden. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, das kann ich noch nicht genau sagen, weil ich nicht weiß, was da so passiert und ja, ob ich zu dem Zeitpunkt auswärts fahre. Aber an sich würde ich sehr gerne nach Dresden fahren. Und wenn, dann gibt es da locker auch die Möglichkeit, mich zu treffen. Aber ich kann auch nichts genaueres garantieren oder versprechen. Ach, die Sonne wieder. Tim, hau die vierte Frage raus und zwar, was hältst du von Olympia auf Erfolg zu den Olympischen Spielen? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich halte nicht viel von Olympia beziehungsweise ich bin nicht wirklich aktiv dabei, das zu gucken. Also es gibt nur einige Wettkämpfe, die mich interessieren, aber hier kann ich sowieso nicht überlegen, weil ich gucke mal unser Fernseher irgendwie nicht funktioniert. Also an sich so Turmspringen finde ich tatsächlich interessant. Sprint, Wettbewerbe, Hochsprung, sowas. Eigentlich finde ich sehr viele Disziplinen interessant, aber so wirklich gucken tue ich dieses Jahr nicht, verfolgen tue ich es auch nicht. Und also abgesehen davon, dass ich immer weiß, wie die Deutschen das gemacht haben, weil ich die Push-Benachrichtigung bekomme. Aber es interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht wirklich, weil ich weiß nicht. Die Olympischen Spiele dieses Jahr sind in Rio und da ist mehr Katastrophe als alles andere, die ganzen Zustände da. Von daher, nee, dieses Jahr ist Olympia nicht so meins. Elbfrag, eine sehr schwierige Frage. War ein Jahr ohne selber Fußball zu spielen oder ein Jahr ohne seine Freundin? Da muss man wirklich drüber nachdenken, weil Fußball halt schon sehr richtig für mich ist und es ist halt der Sport, den ich am liebsten mache. Aber ich glaube, ich würde mich trotzdem natürlich fast schon zu meinen Freundinnen entscheiden, weil Fußball ist zwar wichtig, aber es kann aber auch eine Verletzung kommen und man kann auch noch einen anderen Sport für einen anderen Ausgleich. Also wenn ich wirklich vor die Wahl gestellt werden würde, würde ich, also wenn ich von meiner Freundin vor die Wahl gestellt werden würde, würde ich Fußball nehmen. Aber wenn ich einfach so von irgendjemandem vor die Wahl gestellt werden würde und ich müsste mich entscheiden, dann würde ich meine Freundin nehmen. Micha fragt, hast du noch Kontakt zu Marcel und werden in der Zukunft nochmal Videos oder Projekte mit ihm kommen? Nein, ich habe keinen Kontakt mehr zu Marcells Koopchen an dieser Stelle übrigens, falls du das sehen solltest, was ich definitiv nicht glaube. Glückwunsch für die eine Million Abos. Ich muss ganz ehrlich sagen, Marcel hat sich hingegen aller Behauptungen doch schon ein bisschen verändert. Er ist viel schwerer zu erreichen und auch aufgrund dessen, ja, ist es sehr schwer für mich als kleinen YouTuber, mit dem man früher immer Kontakt hatte, mittlerweile aber nicht mehr viel und die letzten Jahre allgemein nicht mehr spielt, mit ihm in Kontakt zu treten. Ich hätte gerne Kontakt mit ihm, gar keine Frage, aber nicht, weil er viele Abos hat, sondern einfach, weil ich ihn als Kollegen sehr mochte. Aber das ist ähnlich wie mit Gaps beispielsweise oder mit Gandalf und so weiter und so fort. Das war eine chillige Zeit mit denen, aber ich vermisse sie jetzt auch nicht unglaublich. Hab keinen Kontakt mehr mit denen, das ist halt, ist halt so. Ne, so passiert das. Aber an sich, nein, ich hab keinen Kontakt mehr mit denen und ich glaube, dass wir auch nicht von dem kommen. Dafür ist er mittlerweile zu over the moon. Der erinnert sich gar nicht mehr an mich, glaube ich. Was übrigens auch nicht schlimm ist, no hate. Dominik möchte wissen, was ist der Grund dafür, dass mir COD aufgehört ist oder was war der Grund, habe ich damals so mitbekommen? Ja, ganz einfach, nach Modern Warfare 3. Ich fand Black Ops 2 schon ziemlich scheiße und alle danach folgenden Teile habe ich mir zwar noch gekauft, bis auf jetzt Infinity War, ne Quatsch, ich weiß gar nicht, was gerade war aus Black Ops 3 oder so. Den habe ich mir nicht gekauft, den waren es Warfare, aber Black Ops 3 nicht mehr. Und das liegt dann einfach daran, ich habe, ich zocke nicht mehr so viel wie früher. Er hat mir echt viel gezockt, mittlerweile nicht mehr. COD ist bei mir sowieso seit MV3 extrem runtergegangen. Ich habe viel mehr als FIFA gespielt, früher hat man sogar mehr COD gespielt als FIFA eigentlich. Und ja, mir gefällt einfach Call of Duty mittlerweile nicht mehr so. Ich finde, es sieht nicht so nice aus. Ich finde, das Gameplay ist kacke. Ich, keine Ahnung, und diese ganze Tryhard-Einstellung und diese ganzen Sachen, die halt durch Scaf und so gekommen sind, ist nicht meins. Ich will casual COD spielen, wie es bei MV2, MV3 war. Und ja, ich werde mir das nächste aber, denke ich mal, auf jeden Fall kaufen, weil ich mag Shooter an sich. Und ich bin da eigentlich auch gar nicht so schlecht drin. Zumindest war ich in MV3 wahrscheinlich nicht. In der Nacht habe ich mich halt nie reingefuchst. Aber das war auch immer der Grund, einfach, dass mir das Spiel nicht mehr gefallen oder zugesagt habe. Aber ich werde es mir, denke ich mal, das neue kaufen. Ich glaube, es war doch Modern Warfare hier, oder? Ich bin absolut nicht informiert an mir. Ich bleibe jetzt hier sitzen, weil es ist hier bequemer. Leon möchte wissen, wie findest du es, dass Messi wieder für Argentinien spielt? Ja, ich war ein bisschen perplex, als ich die Leute hatte, dass er seine Nationalstaskarriere nach diesem Finale beendet. Sollte ich diese Enttäuschung nachvollziehen, aber war schon ein bisschen schwach von ihm. Ich finde es aber noch schwacher, jetzt vom Rücktritt quasi einen Rücktritt zu machen und bevor überhaupt nur ein Spiel von Argentinien gemacht wurde, zu sagen, ja, ich spiele doch wieder. Das ist doch nach dem Motto, so irgendwie, er wollte nur Aufmerksamkeit haben oder er brauchte Mitleid zu dem Zeitpunkt oder ich weiß es nicht. Oder er hat einfach eine dumme Entscheidung getroffen, weil die Enttäuschung zu groß war, aber es ist einfach so eine große Entscheidung, dass man die nicht in der Enttäuschung treffen darf. Von daher ziemlich schwach auf jeden Fall, die ganze Aktion, aber er ist trotzdem genialer Fußballer. Ich zähle da jetzt keine guten Probleme. Aber ihr wisst auch alle, ich finde Fondaleid sowieso besser als Messi und ich bin sowieso kein großer Messi-Fan allgemein. Auch wegen der ganzen Steuersache, die ja irgendwie noch nicht geklärt ist. Aber von daher, ja, es ändert jetzt nicht viele meiner Meinung zu Messi ganz ehrlich. Wirst du in den nächsten Monaten auf YouTube-Projekte mit anderen YouTubern starten, fragt Merz. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich möchte zu wie bei 17 Jahren allgemein einiges anders machen. Es werden mehr Streams kommen und so weiter und so fort. Habe ich ja alle schon mal angekündigt. Und ich denke mal, gerade durch Streamen wird man auch mit anderen YouTubern wieder in Kontakt kommen und ich denke mal, es kann auch sein, dass durchaus mal Videos mit anderen YouTubern kommen. Primär im Kopf habe ich da eventuell den Dennis Gaming TV. Mal schauen. Dann natürlich den Bernayer, den Hansus. Badeschlappen, joa, das sind so die drei, die ich primär im Kopf habe. Ich würde unglaublich gerne mal mit FIFA mit Montes spielen, also mit Montana Black. Vielleicht auch was mit Shisha-Keller, je nachdem, ob der FIFA machen würde, FIFA 17. Weil den finde ich extrem sympathisch irgendwie, auch wenn ich ihn bis vor drei Wochen noch gar nicht kannte. Aber das sind so die, die ich im Kopf habe. Wobei es kann definitiv sein, oder fünf waren das jetzt. Aber es kann durchaus sein, dass was kommt. Gerade durch die Streams auch. Nur wirklich Serien geplant oder so sind nicht. Aber mal sehen, vielleicht kommt da ja irgendwas. Abgesehen von Fatal. Bei Fatal darf ich ja nie mitmachen. Bei Fatal werde ich auch nie gefragt. Abgesehen mal im letzten Jahr, da wollte ich ja gar nicht mitmachen. Und irgendwie wäre es auch gerne in den Fässer an Fässler. Aber irgendwie so ein Community-Projekt, so Community-Karriere-Modus. Sowas wie es in England, diese englischen Szene mal gab. Mit den, ja, wer ist am erfolgreichsten, wenn er eine Karriere, eine Saison komplett simuliert mit seinem englischen Top-Verein. Joa, weiß ich nicht. Das wäre auf jeden Fall mal ganz interessant, wenn man irgendwann so ein gemeinsames Karriere-Projekt oder so ein Journey-Projekt machen würde. Oder wenn man ein Ultimate Team-Projekt, das nicht gerade Fatal ist, wo man sich wieder mitmachen würde, wie von Phineas ausgewählt werden. Aber müssen wir mal schauen. Ja, bin gespannt, was die Übersetzung so alles bringen wird. Und die letzte Frage. Wir sind nochmal bei Hannover nach der Auswärtsfahrt. Auf welchen Fall der Weltplatz hieß? Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das erste Spiel sehr, sehr gut gefallen. Das zweite ist ja heute noch. Ihr werdet das Ergebnis schon kennen, wenn dieses Video hier online kommt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo 96 am Ende der Saison stehen wird. An sich haben sie gute Voraussetzungen, den Aufstieg zu schaffen. Und an sich können auch jederzeit ein Einbruch kommen. Wenn sie sich so weiterentwickeln, wie sie sich unter Stände bisher entwickelt haben, und wenn sie so souverän das Ganze weiter in Angriff nehmen, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie direkt aufsteigen. Ich bin aber der Meinung, Hannover wird nicht Erster werden. Ich hoffe es natürlich, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Deswegen würde ich eher sagen, das Haar hier nennen wir übrigens geht das hier. Geil. Ich bin der Meinung, Zweiter oder Dritter. Das ist meine Einschätzung. Ich hoffe natürlich eher Zweiter als Dritter und ich hoffe eher Erster als Zweiter. Aber muss man sehen. Die Saison ist noch ganz jung und es kann auch viel passieren. Und bisher ist sowieso noch keine wirkliche Prognose möglich, weil Verletzungen dazukommen können und so weiter und so fort. Muss man realistisch bleiben und deswegen, ja sag ich mal, Zweiter oder Dritter, aber erster wäre auch ganz schön. Das war's dann von diesem Video. Wenn's euch gefallen, lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, wenn ihr selber Fragen am nächsten AQ stellen wollt, dann schaut in die Videobeschreibung, dann sind Links zu Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat und so weiter und so fort. Schaut auf jeden Fall vorbei. IG wollt für günstige Münzen ebenfalls abchecken. Und wir sehen uns dann, würde ich sagen, beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, die AQs, wenn ihr übrigens häufiger kommt, als Kompensation, damit ihr nicht nur Bubble-Time habt und nur Karrieremodus und Predictions ein- oder zweimal die Woche. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.